Der Ball hat den Ball sehr gut ab. Mario Konrad, der das ganz geschickt macht, der den Ball toll unter Kontrolle hält, dann rausspielt zu Drazern. Der blickt einmal auf und sieht, dass Jelavic im Zentrum anspielbereit ist. Natürlich profitiert der auch davon, dass der Gegenspieler, das Davis hier zu Fall gebracht wird, kann man eigentlich nicht sagen, denn der geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Ist ja auch egal, wie es passiert ist, Hauptsache Rapid führt Jelavic mit dem 1 zu 0.